So, okay, komm, hau raus, hau raus. Neues Mario? Really? Luigi? Nein, das ist Mario-Luigi! Das ist Mario-Luigi! Halt's fucking up! Das ist Mario-Luigi! Oh mein Gott, Alpha-Dream! Oh mein Gott, das ist 3D, ne? Shut up and take my body. Hier, alles. Meine Kriegkarten Nummer ist 1, 4, ist auch egal, aber gebe ich den gleich. Oh mein Gott, ich kauf's fünfmal. Oh mein Gott, das ist voll 3D! Was zum fucking Teufel? Oh, die ist süß. Konnetta. Depressionen geheilt! Das ist eine Paper Mario GIF. Alter! Ey, jetzt schon beste Direct Ever, also ich hab eigentlich nichts mehr, was ich haben will. Das ist alles, was ich... ich hatte keine Erwartungen und das hat's übertroffen. Jetzt haben wir Mario RPG Paper Mario. Und Mario-Luigi. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Was willst du mehr? Alter, ist das geil. Was? Okay, die trennen sich wieder. Game of the Year. Ey, der Arzai ist so weird, aber irgendwie feiere ich das. Wow. Das ist wirklich weird, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass die sowas raushauen. Ey, so viele Mario RPGs auf einmal. Ich, ich feiere das. Ich liebe die Mario RPGs. Von daher feiere ich das. Wie heißt das? Wie heißt das? Brothership. Oh, strong, strong. Dieses Jahr noch. Oh mein Gott, November. Der erste neue Beitrag nach fast neun Jahren. Das sieht geil aus! Das sieht geil aus! Ich liebe den Arznei. Und ich bin so froh am Leben zu sagen. Ich dachte, das war nur so kleine Kram. Das dachte ich auch! Was? Das ist größer als... Was? 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 Die Xbox Remix 3 haben die schon seit 2 Monaten oder so gezeigt, dass nichts Neues ist. Aber ich freue mich total. Und WD ist nicht für Pre oder mehr erhältlich, dann bin ich sauer. Wenn sie so Gamepits zeigen, zack und was anderes. KITTY! Ich weiß, ihr seid große Hello Kitty Fans hier alle. Ich hab bisher noch nicht wirklich viel mit Hello Kitty zu tun gehabt. Und befriend Hello Kitty, Koromi und andere familiaren Faces in dieser Open-World-Adventure. Open-World? KITTY! Rum geht Hello Kitty! Siehst du, ich wusste, alles große Hello Kitty Fans. Das erinnert mich so ein bisschen an Animal Crossing. Ich weiß aber nicht genau, was das ist. Welcome to the Space Jam! Es ist wirklich einfach Space Jam, okay? Es ist... Ey, immer noch besseres Spiel, als Mario Strike is on the Switch. Da kann sie gegen argue, das ist einfach so. What? Das ist crazy, Danny. Das ist crazy. Das ist das Spiel, das Batas in der WoW-Pod-Gespie. Oder VR-W-Pod-Gespie. Ja, Pony. Pony, 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 Pony. Pony, 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 Pony. Amo, Pony, Pony! Noisemaker? Phantom? We are so back! We are so back! Leute, wir müssen Among Us spielen. Mindestens heute. Donkey Kong! Donkey Kong! Bitte seien nicht Returns, bitte seien nicht Returns! Nein! 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 Why? Keine... Nein! Warum? Das ist der dritte Port! Nee, das ist der zweite Port. Erst 3DS und ja, 10 Jahre später ist es... Nee, länger, länger, Alter. 15 oder so? Och, küss! Och, Chris! Man, jetzt muss ich es auch noch kaufen! Was ist das Schlimmste daran? Ich muss es nicht auch dafür ausgeben. Nein, warum nicht ein neues? Warum nicht ein neues? Was ist das Schlimmste? Ja, das ist das Schlimmste. Ja, wir haben jetzt zumindest neuen Content. Hm... Ich hab doch doch sofort gesehen, dass es Returns ist. Die tun alles, um kein neues Deufel zu machen. What the fuck! Okay, die 3DS-Level sind da drin. Die waren nicht crazy, aber... Okay, ist immerhin etwas. Und das war's! Basic-Ass-Port, Alter! 60 Euro! Und dann erst Januar! Ja? But here is another one! Zelda? Zeit ist nah. Ey, das sieht ein bisschen aus wie Zelda. Das Spiel ist nicht gecancelt? Die Dragon Quest Original Trilogy ist nicht gecancelt? Und das Spiel sieht besser aus als damals, als wir es gezeigt haben vor wann? Fünf Jahren gefühlt? Ach du Scheiße! Ich bin trotzdem kein riesiger Fan von diesem 2D-HD-Style, aber es ist... Es ist trotzdem geil, weil Strang-Quest ist. November 14. Ernsthaft? So close an Mario & Luigi? Ach man, ernsthaft? Aber es ist nur der dritte Teil. Nur der dritte Teil, was chronologisch der erste Teil ist. Ja. Ich will den unbedingt spielen, ich will den unbedingt spielen. Ich liebe den Art-Style. Wie gesagt, kann ich verstehen, aber ich bin da kein Fan davon. Ja, die komplette... Also jetzt noch 1 und 2. 1 und 2 wird aber zusammengebundelt, okay. Weißt du, sind die Spiele so kurz? Ja, das ist ja erst nächstes Jahr, Alter. Und den will ich haben. Denklein, den will ich haben. November 20, gut, aber von mir. Ich bin so ein bisschen off eigentlich. Da ist Freddy! Warum ist da Freddy? Fortnite? Ja, was ist das? Funko Fusion. Sorry. Sorry wegen der Popular Opinion. Aber ich bin kein Fan davon, wie Funko Post aussieht. Wir sehen alle gleich an. Ja, wo kann man Freddy spielen? Da war Freddy! Da macht er den, 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 den Dings da. Den da. Warum macht er den? Ja, schon im Juni. Ende Juni. Warte. Ende Juni? Das ist ja ein Monat. Krass. Oh! Temperman! Das Spiel kommt für uns auch raus. Ja! Ja! Ich bin der einzige Mensch auf dem Planeten, der das interessiert. aber ich freue mich. Das zeugt mich genauso wie Mario. Das ist ein Backdeal für mich. Wuuuuh! We won! We won! We won! We won! Kostlos spielbar! Schon so früh! Mario Party! Yippie! Größte Mario Party! Insel Parade... Insel... Eine Turm... Was sind wir hier? Was sind wir hier? Super Mario Party Jamboree! Was? Super Mario Party Jamboree! Was ist denn? Super Mario Party Jamboree? Was? Super Mario Party Jamboree? Oh, das ist eine geile Map! Yo! Oh! in-game coins man kann jetzt nicht spielen oh mein gott chat chat this might be a banger chat chat hear me out this might be good und das kuba kann auch spielen oder wie wow warum die map warum die obere warum die die war nicht gut oh egal war lustig ich bin eigentlich gehypt darauf what the fuck das ist kein ist das ein DRC nein das ist ein neues Spiel nein das ist ein neues Spiel das kann ich jetzt nicht auch wenn mir der Name gleich ist das kann ich nicht über 20 Spieler können in der Coupathlon was compete gegen deinen rivalern und für 1 Platz nicht wieder Bowser Party haben wir fahren beide maps aus Superstars ja ich schwöre das größte mario party wird bald unterbrechen super mario party jamboree lauptom kurz vor dem geburtstag Der war so glühe wie Stanley, war es echt? Super Mario Party Jamboree Ich bin gespannt, was ich habe gehört, actually Actually not bad, actually not bad Rare Mario Party W Hat ein MD-Cube ist jetzt endlich raus? Oder ist es von jemand anderem gemacht worden? Was kommt jetzt? Nein Nein Das ist nicht, was ich denke, was es ist Das ist nicht, was ich denke, was es ist, oder? Ist es Omicor of Ages and Seasons? Wenn ja Dann bin ich von hier, gerade auf da oben hingestoßen Ganz oben Meine Spannung ist so oben Oh, das ist ein neues Game? Mit dem Arzen halt? Nein, das ist Ority, oder? Und Ages Well, Seasons, Ages Ist immer noch ein D-Cube, ich würde mich hochsetzen Ja, okay, kann sein Aber hier Wait Ich bin mal in Zelda Das ist ein neues Game? Die Leaks waren real? Die Leaks waren real? Die Zelda-CDI Adventure Remake Echoes of Wisdom Hey, ich kam ohne Erwartungen in diese Direct rein Das ist ein... Ich sag das jedes Mal Ich sag das jedes Mal Aber das ist ein Nintendo W Ein unerwarteter Nintendo-Dubble Das ist ein Nintendo-Dubble Alter, wie geil! Und vor allem Die gute Zelda-CDI Adventure Die gute Zelda-CDI Adventure Nein, der hat kein Schwer Das ist ein Nintendo-Dubble Eine neue Spielwanderung Eine neue Spielwanderung Eine neue Spielwanderung Eine neue Spielwanderung Ja, wieder eine Vogelspraktiv Endlich Sieht richtig geil aus Kuh, mein Spiel ist das Link Stolen away Das hält mich so ein bisschen als äh An Schachstumlos Striebe Drifts have appeared And have taken many people Including Link Now alone Zelda meets the people trying Fetri Oh süß Trayrod 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 Ich bin grad so gefesselt Ich bin grad so gefesselt Zelda lernt wie eine Imitation An Echo 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 MIT An Echo An Echo An Echo und auch die Grafik erfordert. Wie ihr sie separat oder zusammen benutzt, ist entweder für euch. Lernst und kreate Echos der Dinge, die du findest, während Hyrule exploren. Du bist vielleicht überrascht, was du herauskriegst. Auch die Battles werden anders sehen. Mittlerweile mag ich diese Grafik. Früher fand ich sie super komisch, aber jetzt kann ich mich daran begrünen. Sie kreate Echos von Monstern. Nachdem du das machst, werden sie bei deinem Seite kämpfen. Monstern haben verschiedene Abilitäten. Also wähle die, die du möchtest, aufgrund der Situation zu kreieren. Wisdom ist wichtig. Ich bin gespannt auf das Game. Es wird mal was Neues. Es ist mal was Neues. Es ist nicht einfach nur der typische Zelda. Ey, ich bin echt schon gespannt drauf. Die könnten das gut umsetzen. Zeverl in der letzten Jahrzehnte. Zelda series wie ein Schilder-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon. Nein, das ist nicht das erste Zelda-Game, wo du Zelda spielst. Es gab das CGI-Game, wo du Zelda gespielt hast. Es gab zwei Zelda-CDI-Gabes, wo du Zelda gespielt hast. Ja stimmt, das ist entweder echt geil oder echt langweilig. September schon so früh? Okay, okay, bin dabei. Die sieht cool aus. So, ich glaube jetzt kommt das letzte Game, ne? Ey, die haben jetzt schon so viele Banger rausgehauen, die können keine Banger mehr haben. Die können nichts mehr haben. Laber nicht. Laber nicht. Heils Maul, die haben nichts mehr. Die haben schon alles gezeigt, es gibt nichts mehr. Es gibt nichts mehr, wir können nach Hause gehen, das war's. Leute, es gibt nichts mehr, ihr könnt gehen. Was ist das? Ist nicht Star Fox, oder? Ist das Metroid Prime 4? Imagine Metroid. Was? Nein. Nein, nein, stop the camp, stop the camp. Ist das Metroid Prime 4? Ist das Metroid Prime 4? Freunde, was habe ich euch am Anfang des Streams gesagt? Wir werden Metroid Prime 4 sehen. Ich habe es euch gesagt. Wie ihr euch so verdient? Ja, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch gute Spiele bekommen werden dieses Jahr. Ich habe nichts erwartet und wurde so weggeblown. Ich würde aber meine persönlichen Highlights nochmal kurz darstellen. Meine Highlights hier.